Was macht eigentlich eine Gemeinde aus? Ganz einfach. Die Leute, jeder eine. Teil von einer Gemeinde werden das natürlich erst einmal nicht schwer. Entweder man wird eingeboren oder man zieht halt her. Das Gefühl aber wirklich dazu zu kommen. Stolz darauf zu sein, einer von dort zu sein. Bedeut, dass aus der Gemeinde Heimat geworden ist. Ich für meinen Teil bin stolz, dass bei uns Tradition noch geliebt wird. Ohne dass wir uns dabei von Neuem verschlüssen. Ich bin stolz auf unsere Sportkultur. Was nicht heißt, dass wir nicht auch einmal genießen können. Stolz darauf, vollkommen in unserer Natur versingen zu können. Oder auch einmal am Abend mit den Späßlern. Ich bin stolz, dass wir Macher sind. Und schon damals aufgestanden sind, wenn irgendwas falsch läuft. Wurscht, was es kostet. Ich bin stolz, den Grüßer zu sein. Und wenn wir es schaffen, uns niemals selbst aus den Augen zu verlieren und trotzdem einen Blick für die Leute um uns herum zu bewahren. Dann bleiben wir auch. Orling, grüß. Und alles fällt ganz schön dramatisch. Ja, aber ich soll die Leute auch mitreißen. Okay. Dann habt ihr nichts, was ein bisschen positiver ist. Oh, den grüß. Oh, den grüß. Ist mir irgendwie zu wenig. Von mir aus könnte es doch von 100 geben. Oh, den grüß. Nach dem anderen Mai wird dieser schöne Berit. Wo den grüß. Insehen wieder gutes. Insehen wieder. Wo den grüß. Now wollte das gerne. Als wenn unserearbeit ist. Insehen wieder niedrig. Toasteride rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017